Kein zweites Tor in Folge und damit schön, dass ihr wieder da seid bei FIFA 17 und The Journey mit dem Alex Hunter-Man, der es nicht schafft, Tore zu schießen. Ja, vor zwei Spieltagen noch das Traumtor per Freistoß und im letzten Spiel beim 1-1 eine 100, eine 1000 prozentige Chance vergeben. Also da fehlt, es fehlt einfach irgendwie dieser Klickmoment. Ihr habt zwar gedacht, das passiert, aber es ist nicht passiert mit dem Traumtor. Aber wir haben noch Skillpunkte zu vergeben und das machen wir. Ich habe mich entschieden, einmal die zweite Luft nehmen und dazu Freistoßgenauigkeit. Dann können wir noch ein bisschen besser drauf ballen. Bei den Attributen sieht es jetzt so aus, Tempo ist das Beste. 74,75. Damit kannst du in der Liga schon mal ein bisschen was reißen. Beim Schießen müssen wir halt wirklich, wir müssen viel mehr schießen hier, habe ich das Gefühl. Passen? Da verstehe ich nicht, weil der kurze Pass nicht schon bei 80 ist. So viel wie wir kurz passen hier. Die ganze Zeit. Kurz passen. Schwacher Fuß hat halt stark. Nein, wir brauchen keine Konsequenzen. Hier, zack, zack, links wie rechts. Passen können wir. Kurz über Social Media. Ne, zwei unentschiedene Teuge sind nie so durfte. Was haben wir hier? Wie wäre das mit einem Türchen? Oder zwei? Ja. Fände ich gut. Unentschieden? Okay. Was haben wir hier? Hole ein Remis? Ja. Achso. Ne, hole ein Remis. Ja, haben wir. 100.000 Follower, was haben wir jetzt? Bababoo. So, was haben wir hier? Hunter kann seinem Team gegen Bürste nicht zum Sieg. Ne, konnte man nicht. Aber die dicke Chance war da. Wir müssen einfach viel mehr trainieren und jetzt trainieren wir. Ja, das lobe ich mir, Dino. So. Erstmal ein dickes Lobrausch hauen, bevor jemand irgendwas gemacht hat. Flanken verwerten und Ecken reinbringen. War das nicht irgendwas mit passen? Ist das passen? Flanken verwerten. Ja, gut. Mach mal. Ja, okay. Dann komm rein. Kommt er rein? Er kommt rein. Zack. In die Mitte rein. Ah, Mitrovic. Haben wir den gekauft? Also, der Verein. Nicht wir. Oh, der geht lang. Der ist zu lang. Ja, hab ich gespürt. Okay, die festen sollte ich vielleicht auch nicht machen. Wir haben nur 12 Sekunden. Ups. Jetzt ist aber der Wurm drin gerade bei den Flanken. Putterweich. Aha. Aber es reicht nicht. Ne? Da müssen wir einen dranhängen. Ah, ich treff die Dinger nicht. Ah. Die Dinger, ne? Die Scheiben. Mal ins Kurze. Okay. Nein, zu lange. Oh, dann nimmt er ihn erst an. Kurz. Jawohl, gut gemacht. Nehme hin. Kurz. Ah. Kurz. Jawohl. Ja, von da kriegen wir sie hin. Wen ins lange. Du sollst ihn nicht annehmen. Was machen wir jetzt? Ecken reinbringen. Ja, Ecken. Können wir. Oh. Können wir vielleicht doch nicht. Nach da vorne. Der ist zu klein. Ah, immerhin mit dem Kopf. Genau, den habe ich gesucht. Letztes Spiel. Oh, was macht der denn da? Ach, der liegt eh weit weg. Was wird das? Ja, nein. Oh, der macht der nicht. Dieses Ablegen, das klappt nicht so gut. Und noch keinen ins Tor. Der alte Kuhl, der hält am Erdbeerfeld. Einen haben wir noch. Ich weiß ja nicht, ich möchte die hier da hin. Oh, Mitrovic. Exzellent. Dafür, dass kein einziger Ball drin war, war das nicht so verkehrt. So, Gino, was hast du dazu? Ey, ey. Boom. Flanken, Übersicht, langer Pass. Ja. Flanken ist okay. Start 11. Jetzt macht es trotzdem immer noch Spaß. 67 hier. Und eine neue Social Media. Die lesen als gleich beim Spiel. Auswärts in Barnsley. Beim Tabellen 23. Das Spiel gibt es da drin. Man muss gar nicht in der Tabelle gucken. Aber wir stehen nicht gut da. Wir brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis. Ja, auf der linken Außenbahn wieder. Gibt es Veränderungen zum letzten Spiel? Woodman. Schon wieder kein Cool. Ist der Cool? Er darf nicht mehr spielen, der Cool. Vier Sterne Team gegen mir. Was sagt denn der Leopold Janowski? Ich glaube, die von Beginn an ran darf. Ja, das oder immer. Ich glaube, wir werden da vorne für Furore sorgen. Naja. Queens Park Rangers. Fünf Punkte bereits. Jetzt zählt's, Leute. Jetzt brauchen wir die Unterstützung von den Auswärtsfans. Bengalos mit allem. Und ihr seid heute die Auswärtsfans. Also haut rein. Ah, kein DMP-A-Suite. Kein Beckett hier. Pain. Haben sie entziehen. Almeida. Almeida. Mittel ist aber offen. Da holt sich die Pelle. Oh, Jungs, ihr kacke Typen, fängt ja schon super an. Ah, ich muss ja nett zu den Teammates sein. Hayden, auch Colback. Ich habe ihn in den Hubs, trockenen Hals. Hei, habe ich gestartet. In den Rücken der Abwehr. Oh, geh doch mit. Farnsley kommt. Colback ist da. Oh, wo geht der? Was wird das? Und warum war das? Hast du in der Mitte? Ja, das ist meiner. Aber der kommt hier nicht vorbei. Heute ist Zweikampf angesagt. Einsatz ohne Ende. Und wir sind wieder da. Noch nicht. Und natürlich kriegen wir wieder Minus am Zweikampf. Aber wir haben den nächsten gewonnen. Schick ihn rechts. Oh. Kommt, Glöcker. Spiel ihn da unten zum Williams. Mach der nicht. Oh, der Ballfluss am Lee. Hammer trotzdem. Gut. Man muss die uns auch mal loben. Nicht nur kritisieren. Ja, komm. Da spiel ich wieder zurück. Schön mit der Hacke. Oh, Colback ins Niemandsland. Den kann er nicht kriegen. Gute Grätsche, Ritchi. Gute Grätsche, Ritchi. Gute Grätsche, Ritchi. Gute Grätsche, Ritchi. Oh, kein Stress. Oh, nicht erklärt. Oh, Glück gehabt. Hm, Bongar. Noch kein Bongar im Moment. Oh, hat er sogar auch nicht stoppert. Haben wir vielleicht gehört. Klick, klack, hat's gemacht. Ja, Barsel, Tabellen 23. Der macht hier das Spiel ein bisschen. Wir machen mehr so Angsthasenfußball hier. Und die kriegen jeden zweiten Ball. Schön. Jetzt vielleicht mal mit Tempo. Hey, ich wollte den Ball schon längst zurückziehen. Sperren ohne Ball hier unten. Holt euch den. Ja. Komm. Oh, schieß doch mal flach. Die wollen alle in die Ecke oben. Letztes Spiel auch. Gut gespielt. Hmm, nochmal nicht. Williams? Ne. White für Barsley. Hugo Alveda. Wieder Hugo Alveda. Valiert den Ball. Oh, Williams mit den Kackball, wir gehen trotzdem drauf. Prozuzieren langen Ball von Kipper. Und haben nicht den zweiten Ball. Und haben nicht den zweiten Ball. Oh, ein Meter frei. Oh Gott! Ich muss nicht spielen. Oh Jungs, ey! Oh, entweder sind wir jetzt ausgelaufen. Ja! Oh Gott, ist ein Pfosten. Hier und das Alu. Waren wir dran? Nee. Er ist eine gute Möglichkeit. In der 43. Minute. Hammer. Oh, nicht Stahlbrust. Simon Zoller lässt grüßen. Haben wir ihn umgerannt? Wie sind denn Vorteiljosen? Nein! Der hätte ich auch gar nicht abfordern dürfen. Jawoll! Abgeblockt! Manneken, manneken, manneken. Zum Ende in der ersten Halter wurde es besser. Da hat man eine richtig gute Chance und den abgekloppten Schuss jetzt. Aber jetzt steht 0-0. Müssen die Dinger machen. Schöne Zweikämpfe. Wenn du im Strafraum weiter so schießt, fällt irgendwann auch ein Tor. Haben wir im Strafraum geschossen? Klasse Kurzenpässe heute. 100% bisher. 16 Ballberührung. Beide? Ja, okay. Pfosten kann man als... Ja, beide daneben. Ist okay. So, jetzt. Jetzt geht die Pfosten. Zweiter Halbzeit. Direkt nach vorne gespielt. Er spielt nach hinten. Mit der Hacker und der Ballverlust. Gut. Wir sind wach. Außer vielleicht der Williams. Ja. Ich war mir nicht sicher, ob er es schafft, den oben drüber zu spielen. Ich war mir nicht sicher, ob er es schafft, den oben drüber zu spielen. Kein Foul? Der Lee ist ein ganz schön harter Spann. Jetzt kommt Basel wieder durch. Und Basel kommt richtig durch. Gut geklärt. Hayden war da. Ja. Der Lee installiert natürlich die beiden. Aber wir müssen ganz hoch eigentlich. Machen wir auch jetzt. Weit. Holdback ist da. Wansley bleibt im Ballbesitz. Ah, wieder die Anfangsphase verpennt. Jetzt vielleicht mal. Ja. Die Armee dreht aber da runter, wo jeder ist. Ja, da haben wir mal geöffnet, die Sache. Und bleiben hängen. Lass den Ball laufen. Ich habe den Ball auch gerade erst angenommen gehabt. Ja. Ein junger Heißsporn sind wir, hä? Doch ein bisschen hitzig. Hitzig hier. Hm. Oh ja. Nein. Hammer. Mit links, Kümmer. Oh ja. Oh ja. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Außer vielleicht über den Wolken. Naja. Na ja, William. Super gemacht. Oh, schon wieder Hosenpusteln. Der kippet ja ja nicht. Zu Unvermögen kommt auch noch Pech dazu. Oh ja. Oh ja. Boah. Der muss auch sitzen. Knatscht ja schon wieder ans Alu. 20 Minuten haben wir noch. Den Hammer. Ja, Callback. Aber noch nicht. Das war gut gesehen. Oh, wie ärgerlich, dass der da durchkommt. Oh, Woodman. Ich hoffe, unsere zweite Luft ist noch nicht Spielende, ne? Aber die besseren Chancen haben wir auf jeden Fall. Schön gesehen. Oh, wir stehen auf sehr, totaler Angriff. Oh, die kriegen die Ball schon wieder nach vorne. Noch mal der Außenbahn. Oh, der kommt. Natürlich gewinnen wir nicht das. Oh, Leute. Die Armee hast du? Hat er nicht. Der dritte unentschiedene Folge. Oder gibt's noch einen Lucky Punch von irgendwen? Zehn Minuten haben wir noch. Na komm. Ah, ihr müsst laufen. Oh, Spiel raus. Spiel raus. Ah, hätte ich vielleicht sagen sollen, er soll schießen. Aber die machen ja auch nichts von alleine. Jetzt Basel noch mal mit... Oh, in der Mitte. Der Ego ist. Ne, 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 ne. Der eigentlich spielt noch nicht hin. Oh, Leck. Oh, Leck. Ja, schlecht angefordert. Ja, ja, ja. Weiß ich's. Hey. Achtung und achtzigste. Oh, die dröbeln mir wieder. Und ich krieg hier nicht gesagt dröbeln, ne. Ach Gott. Oh nein. Nicht schon wieder. Oh, diesmal ein Unentschieden ohne Tore. Ja, wer mir mal sagen könnte, wie ich Tore schieße. Oder wie man der Mannschaft sagen kann. Hey. Leg doch mal den Scheiß ab und lass mal Tore schießen. Ihr Schüsse. Oh. Oh. Ah je, mimi. Nur positives Feedback. Tolle Übersicht. Übersicht. Zweikämpfe. Torschein. Drei wichtige Pässe. Adelt vorbei. Er ist in der Kaby Elliot. Wir sind nicht bester Mann. Bester Mann ist Kevin. Queens Park Rangers. Sieht hier jemand von euch? Die Queens Park Rangers? Wo sind sie? Wo? Queens Park Rangers? Da. 2-1. Ah, das wird nichts mit dem Aufstieg. Da sind wir weit weg von allem. Nein. Gibt auch Karrieren, die nicht so sahneschnittig laufen. Holpersteine. Sag ich mal nur. Holpersteine heißt das so? Holpersteine? Ich weiß nicht. Passen haben wir geschafft. Und Defensive. Yeah. Läuft bei uns. 67. Ein Halb. Keine Skillpunkte. Nix. Ja. Nach diesem tollen Tor. Vor zwei Spielen, drei Spielen. Ist wieder der Alltag eingekehrt, sag ich mal. Und es läuft so wie immer. 16 Punkte. 7 Punkte hinter den Rangers. Drei Unentschieden müssen sie jetzt hintereinander gewesen sein. Wahnsinn. Plus das Pokal aus. Aber nicht den Kopf hängen lassen. Weitermachen. Und lasst es knacken. Bis zum nächsten Mal.